Oh mein Gott, Freunde, wir machen heute ein Brawl Stars Quiz gegeneinander und der Gewinner bekommt vom Verlierer 100.000 Gems geschenkt. Alter Quanzita Shetty. Let's go! Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu einem neuen Brawl Stars Video. Und Freunde, ihr seht schon, wir sind hier heute am Start mit dem allerechten Ei. Boi, boi! Hi! Na, was geht Kevin? Ich hab mir auf jeden Fall heute gedacht, es gibt heute ein Brawl Stars Quiz um alles. Es wird auf jeden Fall ultra verschwitzt, denn der Verlierer muss dem Gewinner 100.000 Gems geben. Und der Gewinner kann das quasi für was auch immer verwenden. Das ist ihm überlassen, aber der Verlierer muss das Ganze eben komplett bezahlen. Das bedeutet, es geht auf jeden Fall um enorm viel. Bist du vorbereitet, Kevin? Nein. Genau, es ist auf jeden Fall ein Quiz, Leute, wo ihr alle auch mitspielen könnt. Es geht um Schnelligkeit. Ihr seht dann die Punkte immer bei Kevin und mir. Und ich würde sagen, wir starten rein und damit let's go. So, Freunde, es geht auf jeden Fall los mit dem Quiz. Drei Challenges, seht ihr? Sind das auf jeden Fall? Guess the Brawler, Find the Odd Brawler out und I Quiz. Okay, bist du ready? Let's go, Kevin. Okay, ich muss gerade kurz überlegen, was überhaupt nochmal Sache ist. Ah, ah! Okay, glaube ich war schneller, oder? Bei mir in der Übertragung war ich schneller, aber du musst dann Ali im Schnitt wieder gucken. Ja, genau. D, D! Hä? Okay. Hast du gesagt? Ich habe auch D gesagt. Achso, ich habe B verstanden bei dir. Ah, nee, nee. Okay, schauen wir mal. A! Ja, okay. A! Sehr, sehr gut, Kevin. Ja, okay, schauen wir mal. Digga, das war ja überschieß. Die 100.000 Jams. A! C! Ah, no, es stimmt. Digga, ich bin mega groß. Jetzt kam das A bei dir direkt geschossen. Ja, ja, ja. Ja, okay, rip. A! Oh mein Gott. Da ist aber auch schneller. Jetzt warst du schneller, ja? A! C! Nee. B! Jürgen! Nee, C! 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 Ich habe schon C gesagt. Achso, ich habe D verstanden bei dir. Nein, nein, nein. A! B! B! Nein! Let's go! Jürgen, vor allem A, Jürgen, das ist einfach über Surge. D! D, ja, ja, okay. Ja, okay, okay, Kevin, ich sehe schon. Einfach ein paar random Buchstabe rufen, ne? Es kommt immer auf den schnelleren drauf an. A! Ja, A. Das war jetzt wirklich A. Für fast schon hier eskaliert, Alter. Okay. Oh Mann, ey. Sehr, sehr krass, Leute. Nächstes müssen wir den Fehler finden, also der, der sich unterscheidet, der Brawler. Hä? Oh mein Gott. Hab ihn Mitte, Mitte, links, Zweiter. Oh mein Gott, ja. Wir können ja sagen, dann zweite Reihe, zweiter Max, ne? So mäßig. Ja, habe ich probiert. Digga, ich muss mich jetzt echt hart konzentrieren, Junge. Mitte, rechts, Zweiter. Ja, Digga, Alter, was ist gerade mit dir los, Kevin, ey? Okay. Ja, wenn du es so direkt siehst, dann hast du es halt. Ja. Aber wenn du so erstmal so diese Zahlen anfangen musst. Ich habe mich jetzt ein bisschen weiter weggesetzt, damit ich es einen besseren Überblick habe. Oha. Unten, links, Zweiter! Ah, ne, Digga. Unten, links, Zweiter, sage ich. Also, ich habe es gesehen, aber mein Gehirn hat es nicht überarbeiten können. Unten, rechts, Zweiter, Zweite Reihe von unten. Was? Ah, ja, ja, dann sagt das dritte Reihe, zweitletztes. Ach, du heilige, ey. Unten, links, der Zweite! Hä, Digga, wie siehst du das denn so schnell? Oh mein Gott, Digga, hast du irgendwie so drei Kaffees getrunken? Nee, ich habe Tee getrunken. Digga, Alter. Und links, das Reiz, weiter! Ja, okay, keine Ahnung. Alis, musst du dann entscheiden. Ich habe auch irgendwie nur so ein Gebrüll von dir gehört. Alter, Digga. Und links! Oh mein Gott, wie siehst du das? Bruder! Mann! Digga, ich darf es nicht verlieren jetzt. Okay. Zweiter! Letzte Reihe, zweitletzte. Mann, Junge. Ey, so lost. Ja. Geh, weiter geht's. Ey. Du hast es nicht gefunden. Ey, stopp! Ey, dieser Mund! Was war denn da der Unterschied? Der Mützenmund. Geh, geil. Loll, das ist nicht geknickt. Hä? Alter, war doch schwer. Die letzten zwei waren schwer. Gäste, Brawler, Iquiz. Mortis. Mortis! Schuke Mortis. Hä? Ja, muss man genau sagen, oder? Ja. Ja. Es ist Schuke Mortis. Ja, okay, dann ab jetzt, okay? Ja, ja. Weil Mortis ist ja an sich richtig. Ja, klar. Aber Rogue Mortis steht da auch. Ja, okay. Dann sagen wir ab jetzt Skin-Namen. Ja, ja, ja. Meckabo. Lol. Ja, ich wollte es gerade sagen. Schon nice, Leute. Ist nicht so einfach hier. Ja, stimmt. Ist so eine gute Challenge eigentlich. Ja, okay. E-Edge, Evil Genie. Ja, ja. Safe, Evil Genie. Mann. Sehr, sehr stark auf jeden Fall. Byron. Ach. Egal. Okay, Ali musst du dann sagen. Ich glaube, Kevin war schneller. So. Mal schauen, was als nächstes kommt. Rico. Ricochet. Ricochet. Ah, shit, da warst du schneller. Echt? Ich glaube, ja. Ja, stimmt, lol. Ich glaube, ja. Krass. Der Zuschauer soll mal kommentieren, wer ihn noch hat. Was? Ähm, Mortis, der, äh, dieser am Strand. Ich glaube, lol. Hä? Hä? Wer war auf Leon? Leon, M.L. Ja, Mann. Krass, aber diese Sonnenbrille von dem Brock? Den, den hatte ich nicht im Kopf. Ja, ich auch nicht. Sprout. Sprout, der eine da. Wer ist der? Tropischer Sprout. Ist das der tropische Sprout? Ja, ja, ich glaube schon. Der eine da. Ja. Mann, ey. Ah, Hot Barley. LOL. Stimmt. Oh mein Gott. Weil der hat dieses Auge was so zugefallen. Ja, 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 ja. Lol, ich war gerade bei Barley oder so. Äh, nee, ey. Ich war gerade bei Nani oder so und hab überlegt. Ja. Maple Barley. Ja, das, ey, ist echt schwer, das Quiz. Der war gut, der war gut. Penny? Irgendein Belskin? Ich weiß aber gar nicht welcher. Dieser eine der grüne Belskin? Ah, ich sag Bandita Shelly. Let's go! Alter. Oh mein Gott. WTF. So Leute, weiter geht's auf jeden Fall. Äh, C. Äh, hä, 3. Ja, okay, 3, ja, hast recht. Der, jetzt musst du auch erst mal kurz überlegen hier. Oder nee? Oh mein Gott, es ist mir gerade aufgefallen. C. 2. 2. Ich sag jetzt 4 einfach, Digga. C. 2. Okay. So, los. 3. 3. Ah. Oder? Hä? Ja. Doch. Let's go, man. 7. 7. Oh, 7. Ah, da. Oh. Da hab ich noch gar nicht geguckt. Boah, ist auch gar nicht so einfach, ne? Nee, nee. Weil zu viele sind auch. 12. Mhm. Shit. Digga. Ich sag jetzt einfach nochmal 10, aber es ist nicht 10. Ja, nice. Was? LOL. Warte mal, ich hab keinen Ton an. Warte, ich muss Ton anmachen, warte? Sandy! Hä? 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 Das verstehe ich jetzt grad nicht. Also Sandy, ja. Ja, ach, sagen wir einfach immer den... Max! Selbe Max! Und, äh... Äh... 5. Ah, ja, das war's recht, Digga. Aber wie verteilen wir das jetzt? Hä? Jeder einen Punkt dann, oder was, ne? Ja, ja, jeder einen Punkt. Frank! Frank! 6! Oder? Nein, es ist 12! Verdammt! Oder? Ja! Oh mein Gott! Es ist übel schwer. Penny! Und? 11! 13! Oder? Nee, nee. 13 mal Leon, ich sag 11. Ich sag nochmal 15. 10! Ja! Mann, Alter! Immerhin! Search! Hä? 20? Nee, warte! 4! Äh, hier 10! Oder? Nein, es ist glaube ich 10, oder? Nein, es ist 10. Oh, shit! Alter! Oh, Star Power! Star Power! Oh, das ist schwer! Das ist echt schwer! Was? Ah! 7! Spike! Oh, Alter! Stark, ja! Alter, das ist sehr schwer, Junge! Das ist echt ein Expertenquiz! Ja, ja, ja! Okay! Ja, da musst du so beides erstmal so checken. Bibi! 9! Oder? Ich weiß es nicht! Aber es ist... Nee! 3! 3! 3! 3! Hicke? Wo ist 3? Nee! Boxer 11! Hä, warte! Ja, Boxer 11, oder was meinst du? Ich sag Boxer 3! Ja! Ja! Mann! Ähm... Pam! Lol! Pam, stimmt! 4! Nee! Pam, 3! Hä? Digga, jetzt sind so... Ah, jetzt sind diese Dinger da vor! Ich seh nix mehr! Gucken, mal was rauskommt! Ja, egal! Gucken, was rauskommt! Nee! Es war 5! Aber es war Pam! Aber Pam war richtig! So, Freunde! Also, wir wissen jetzt zum aktuellen Zeitpunkt gerade nicht, wer gewonnen hat, aber ihr seht es jetzt an unseren Punkten! Und wir machen es auf jeden Fall einfach so, wenn die neue Season kommt, die kommt in 19 Tagen raus, wird es zur neuen Saison, einen Tag später, ein 100.000-Gems-Megavox-Opening-Battle geben! Also, hier ist schon mal die Ankündigung! Und der, ja, Verlierer von uns beiden wird das zahlen! Also, ihr werdet es auf jeden Fall im Video dann sehen, ich weiß es gerade nicht, Kevin, hast nur eine Vermutung, wer gewonnen hat bei uns? Ja, ich glaube, ich habe gewonnen, Leute, aber wir werden es auf jeden Fall sehen! War auf jeden Fall ultra geil! Hat Spaß gemacht! Und lasst einen Like, dann kostenlos das Abo! Wir sehen uns, und ciao, ciao!